Jojo Leute, herzlich willkommen zu dem ganz kurzen Video hier und zwar ist es eh schon wie ihr es im Titel seht Eine Livestream Ankündigung und zwar werde ich auf Twitch eine Livestream machen mit meinem neuen PC Und ja auf jeden Fall wird er dann nicht mehr so laggen Mal gucken wie ich die Grafik so hoch stellen kann also ich werde jetzt gleich noch ein paar Tests machen um 2 Uhr morgens Ich glaube das kann er so hobbylos und guckt mein verfickten Streammann Und ja auf jeden Fall ja Livestream von 14 Uhr ich hoffe dass ich so früh raufstehen kann Von 14 Uhr bis gerundet so 22 Uhr ich weiß nicht vielleicht länger vielleicht kürzer Also keine Ahnung wie lange ich den machen werde ja schon ein bisschen Aber es kommt ja dann noch in den Ferien noch ein 24 Stunden Stream Auch dann irgendwann unter der Woche ich glaube Mittwoch oder nein keine Ahnung wann ich den mache Auf jeden Fall wird er noch kommen und ja schreibt auf jeden Fall dabei Link vom Stream ist in der Beschreibung und ich hoffe es geht in unserem Stream Ciao